Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und in diesem Video geht es um die neue Aufgabe aus der vierten Woche Zünde Feuerwerk. Es gibt auf jeden Fall jetzt passend zum neuen Jahr Feuerwerke und ich werde euch jetzt direkt zeigen, wo diese ganzen Feuerwerke sind und wie das Ganze da funktioniert. Auf der gesamten Karte sind auf jeden Fall mehrere Feuerwerke verteilt und ich werde euch in diesem Video heute auf jeden Fall alle zeigen. Und an der Stelle landen wir direkt mal bei Junk Junction, denn dort ist auch direkt das erste Feuerwerk. Um genauer zu sein, ist das hier oben neben diesen Lama, man sieht es auch da schon. Und genau beim Feuerwerk lande ich jetzt natürlich mal und zünde das dann auch mal. So, und hier steht auch schon direkt Feuerwerk zünden, das machen wir natürlich direkt. Und jetzt gucken wir natürlich direkt mal zu und zack, da wird es gezündet. Und somit hätten wir schon mal das erste Feuerwerk. Auf der Karte ist das genau hier oben. An der nächsten Stelle landen wir jetzt im Wüstengebiet neben Paradise, denn dort gibt es auch ein Feuerwerk. Und dieses Feuerwerk ist ja auch am Rand der Karte. Hier ist es auf jeden Fall. Und ich zünde es natürlich direkt mal. Hier ist auch ein anderer, der will mich jetzt natürlich töten, aber auf jeden Fall, wir haben es hier gezündet. Auf der Karte ist es genau hier. An der dritten Stelle lande ich jetzt neben dem Block, denn dort gibt es natürlich auch ein Feuerwerk. Das ist dann bei diesen Häusern hier unten. Das sieht man natürlich auch schon hier und das zünde ich jetzt natürlich auch direkt. Und hier ist auch schon ein anderer und der will mich wieder mal töten. Naja, auf jeden Fall zeige ich an der Stelle jetzt eine Karte, wo ich alle anderen auch noch markiert habe, denn es gibt insgesamt sieben Stück. Und ja, landet dort einfach, zündet die und das war es dann eigentlich auch schon. Das war es an der Stelle zu diesem ganz kurzen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr Videos sehen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann und ciao.